Hallo, heute gibt es einen kleinen Rundumschlag, Ausblick, wie es demnächst weitergeht. Ich bin ab übermorgen bis Sonntag auf der Spielemesse am Dorpstand, werde da Demorunden zu diversen Rollenspielen geben und wollte mich danach wieder ein bisschen intensiver mit Tomb Gods beschäftigen, möchte das Setting gerne ein bisschen stärker ausbauen, plane da auch gerade an einer Plotpoint-Kampagne dazu und dem dem Ganzen halt ein bisschen mehr Substanz geben. Das Ganze kriegt man dann vom kostenlosen Download über die gängigen Webseiten, wahrscheinlich über die Blutschwerter und Fundus Ludi oder auch Savage Heroes. Und ich hoffe, dass ich damit so den ein oder anderen ein bisschen bespaßen kann. Ja, am Weltenbuchabenteuer schreibe ich noch, also die Ausarbeitung läuft, es dauert leider ein wenig, geht nicht ganz so schnell, wie man es erzählt hat. Und dann habe ich dann noch eine kleine Idee für ein Science-Fiction-Setting, an dem ich so ein bisschen rumfuhrwerkele, dass ich demnächst auch mal wenig beleuchten werde, in erster Linie aus dem Blickwinkel, wie habe ich die Idee zusammengekratzt, wie es das Ganze greift und warum denke ich, dass das eventuell ein sinnvolles Setting ist. Ja, dann werde ich mir auf der Spielemesse sicherlich die ein oder andere Neuerung kaufen, garantiert geplant ist Barbaren. Und mal sehen, was sich da sonst noch Interessantes finden lässt. Und werde dann hinterher sicherlich die ein oder andere Vorstellung geben, zumindest wenn mir die Sachen gefallen haben, wovon ich bei Barbaren einfach mal ausgehe. Ja, und das ist so in etwa der Ausblick für den kommenden Monat, könnte man sagen. Ja, ich hoffe, dass man mir gewogen bleibt und wir sehen uns auf der Spielemesse oder spätestens danach. Ciao!